Wir melden uns wieder zurück, Leute. Das letzte Mal haben wir diese Basis hier ausgeschaltet. Hurra! Es sind nur noch 300 Basen übrig, die wir auszuschalten haben. Erstmal lagern wir unsere Truppen hier und schicken mal einen... Ja, wir brauchen einen Bauern. Ja, die brauchen noch... Oh, wir können auch nicht mehr viel bauen, nur noch 10. Okay, du hast die Ehre, hier eine Basis zu bauen. Genau. Und ihr, ähm, ja, Kabuki-Krieger, ne, Drachenkrieger und alle sind froh. Der Rest verteidigt die Basis, so wie immer. Und, oh, wir haben hier noch einen. Was willst du? Du wirst... Ist mir eigentlich vollkommen egal. Okay, Leute, der Plan sieht so aus. Wir werden erstmal die feindlichen neuen Außenpasten. Hier könnte einer sein, hier könnte einer sein, hier könnte einer sein und natürlich könnte hier noch einer sein. Wo auch immer die sind, wir müssen die ausschalten. Auf jeden Fall ist es naheliegend, dass diese Basis in der Nähe von Wasser und Reis sein muss. Irgendwie, hoffe ich. Wie zum Beispiel hier. Und wir werden angegriffen. Super. Okay, du... Vorwärts. Da rein. Du... Da rein. Und... Ja, wir werden angegriffen. Super. Angriff. Angriff. Du, 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 du. Ja, 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 ihr macht wieder gar nichts. Das könnt ihr gut, einfach nur nur rumzustehen und gucken. Hä, was passiert? Okay. Wo ist unser Bauer? Da ist er. Du, mein lieber Freund, baust ne Bauernhütte. Ich weiß. Super Aufgabe. Okay, wie sieht's hier aus? Hier sieht's gut aus. Dann bin wir wieder rein. Da kommt's auch rein. Und... Bauernproduktion umschalten. Du kommst auch noch mal hier ran. Der Rest kommt erst mal hier. Ah, ich seh schon, wir werden wieder angegriffen. Wow. Und jetzt nicht von wenig. Angriff. Super Heilung. Ah, toll. Penner. Nicht den Türken. Nein, er ist gestorben. Diese Bastarde. Einverstanden. Ja, ihr macht auch ziemlich viel. Ich bin die Flamme. Kommt mal hierher auch. Okay, macht nichts, macht nichts, macht nichts. Ähm, hier sollen die rauskommen. Ja, hier sollen keine mehr kommen. Überhaupt keine mehr. Du... Ich gehorche. Kommst auch hier hin. Okay, wie sieht's aus? Bauen wir einen Wachtturm? Da ich nicht weiß, dass ich nichts weiß. Okay, bauen wir den hier hin. Ich brenne auf den Kopf. Ich brenne auf den Kopf. Da kommt unser tapferer Bauer. Du baust ein Dojo. Dann bauen wir den hier hin. Gelächter, wir müssen schon eine neue Basis aufbauen. Und von dort an geht's dann weiter nach. Keine Ahnung, wohin. Na ja, bauen wir erst mal einen Samurai. Wir haben sowieso genügend Punkte. Okay, geh erst mal da hin. Ähm, ja, so. Verliert der Ausdauer? Ja, der verliert Ausdauer. Okay, dann geh mal. Können wir irgendwas erforschen? Zum Beispiel Bogenschützen können weiterschießen. Okay, mindestens etwas. So sieht's aus. Verstanden. Verstanden. Schon auf dem Weg. Ich führe. Okay, wie sieht's aus? Oder wie sieht's nicht aus? Ähm, du baust... Das hier. Du baust... Was kannst du bauen? Ja, wir werden angegriffen. Oh mein Gott. Bin unterwegs. Oh mein Gott. Ich bin schon unterwegs. Oh mein Gott. Bitte kommt nicht hier hin. Doch, die kommen. Angriff. Kenji, töten. Aber warum greifen die immer die hier an? Komm, macht sie fertig, Leute. Ach, sie fertig. Oh ja, eigentlich hätte ich ja gedacht, die greifen unsere Hauptbasis haben. Und doch nicht. Ah. Ihr habt da was gefunden, Leute. Verstanden. Ah, ah. Zwei Wachtürme. Okay, wir haben, glaub ich, die Initial Basis gefunden. Ja, erledigt. Ja, komm hierhin. Verstanden. Unser Ninje hat was gefunden. Ja, ihr seid auch wieder von der schlauen Sorte. Okay, du bist Bogenschütze. Ganz schnell. Hier haben wir noch etwas. Dann brauchen wir noch... Was brauchen wir noch, Leute? Äh, was brauchen wir denn? Ähm. Da, schreien. Schreien. Das brauchen wir. Okay, das brauchen wir. Okay, unser... Das haben wir heute auch nicht lange gefackelt. Okay, das ist unser nächstes Ziel. Auf jeden Fall. Okay, ja, ihr seid wieder sehr schlau. Ich bin die Flamme. Bin auf der Wege. Ich bin die Flamme. Verstanden. Ja, ihr solltet da nicht zurückgehen. Sieht auch wieder von der sehr schlauen Sorte. Dann kommt er wieder zurück. Wie sieht's hier aus? Ja, wir werden wieder von den solchen Truppen angegriffen. Okay, müssen wir jemand abkommandieren. Dann wird das hier repariert. Ja, mein Fils. Reparieren. Da, da, da. Okay. Wie sieht's weiter aus? Badehaus. Badehaus. Wir müssen ein paar Geyschats haben. Ja, bauen wir das auch hier hin. Aber erst dann brauchst du das jetzt hier Ende. Sieht's hier aus. Das wird repariert. Und ja, Leute. Es sieht ziemlich gut aus. Unsere Krieger sind zwar immer noch strohdoof. Aber wir haben eine Basis ausgeschaltet. Das heißt, das nächste Mal werden wir die anderen ausschalten. Danach die anderen. Danach die. Danach das. Danach haben wir gewonnen. Und jeder Streit. Wir haben gewonnen. Okay. Du. So sei es. Genau, so sei es. Du. Ja, mein Fürst. Für den Drachen. Da. Nicht für den Drachen. Du auch. Nee, du nicht. Ja, mein Fürst. Du da. Was können die eigentlich machen? Äh, schwächte für kurze Zeit alle in der Nähe. Befinde ich einen Gegner auf Kosten der Ausdauer. Achso, ist das. Ich wollte meine Ausdauer haben. Kriegen sie aber nicht. Okay. Wie sieht's hier aus? Ähm. 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 Sternschirmrakete. Streurrakete richten großflächig. Ähm. Und wir können noch was bauen. Und zwar das mit den Kanonieren. Ihr wisst schon was. Was ich euch nicht verraten werde. Ja. Bin auf dem Weg. Bin auf dem Weg. Ich bin schon unterwegs. Und dann kommt ein paar Gischers. So ein paar Schirrackete richten großflächigen Brandschaden an. Hm. Na machen wir das einfach mal. Schaden tut's nicht. Ich hoffe das ist nicht so ein Flop wie dieses Schrapnelfeuer. Das hat die Wuppels gemacht. Wir brauchen ein paar Gischers. Du, kannst Reis weiter sammeln. Reis. So siehts hier aus. Ihr seid alle Team 2, ihr seid Team 3 und alle sind froh. Unser Drachenkrieger ist fertig. Das glaubt ihr doch nicht. Wir werden angegriffen. Okay, sehr schön. Warum geht ihr jetzt wieder raus? Okay, das muss auch repariert werden. Komm mal mit. Das reparieren, genau. Er kommt wieder zurück. Er kommt. Er darf uns nicht besiegen. Okay, wie sieht es hier aus? Bauen wir noch einen von den Verrückten. Er hat noch nicht, wir will noch mal. Ja, der hat es versucht und es kläglich gestaltet. Ihr befehlt, ich gehe. Nee, 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 du gehst nicht. Du gehst nirgendwo. Okay, da haben wir wieder einen von den Samurais. Nicht für den Drachen. Wir brauchen, merke ich gerade jetzt, ein paar Gischers. Ein paar super, super Gischers. Du, Gischer. Das wurde gar nicht gebaut. Seid ihr eigentlich alle von vorgestern? Hallo, da steht ein Gebäude. Das ist noch nicht fertig. Das muss gebaut werden, aber keiner macht es. Ja. Arsch, kann ich mich selber. Vorwärts ist nicht rückwärts. Ja, der Lampe hat auch noch scheiße. Okay, Leute, wir haben... Unsere Zeit ist schon wieder um, ich weiß. Riesendickiges. Also, wir sehen uns das jetzt mal, Leute. Macht's gut. Dann, dann. Bis bald.